Die Bundesregierung hat den Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin, Zitat, auf schärfste verurteilt. Übergriffe auf jüdische Einrichtungen seien durch nichts zu rechtfertigen, heißt es. Die Bundesregierung stelle sich mit aller Kraft Hass und Aggression gegen eine Religion und ihre Angehörigen entgegen. Unbekannte hatten in der Nacht zwei Molotow-Cocktails in Richtung des Zentrums der Gemeinde Kahal Adas Yisrael in Berlin Mitte geworfen. Dort befinden sich neben einer Synagoge eine jüdische Schule und eine jüdische Kita. Die Flaschen schlugen auf dem Gehweg auf, wobei das Feuer erlosch. Noch während der Ermittlungen versuchte am Morgen ein 30-Jähriger auf das Gelände zu stürmen. Bei seiner Festnahme rief der Mann volksverhetzende sowie israelfeindliche Parolen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einem Terroranschlag. Aus Worten werden Taten, erklärt der Zentralrat. Die Vernichtungsideologie der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas gegen alles Jüdische wirke auch in Deutschland.